Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unser Sportvorstand Peter Knebel hat sich nach dem gestrigen Last-Minute-Ausgleich zum 2-2 gegen Gladbach mal zu ein paar Themen geäußert, unter anderem zur Transferplanung. Aber er fand auch nach den ganzen Emotionen am Schluss Mahnelworte nach unserem 2-2-Unentschieden. Bei aller Freude über den Punkt. Es ist halt auch nur ein Punkt. Wir haben gesehen, wie viel wir investieren müssen, um in dieser Liga mithalten zu können, sagte Knebel gegenüber der BILD. Und sicherlich kann man dort unserem Sportvorstand durchaus Recht geben. Natürlich ist es nur ein Punkt Gewinn, aber ich glaube die Betonung kann schon auf Punkt Gewinn eben liegen, weil wir ein gutes Spiel gesehen haben gegen starke Gladbacher, die wirklich über lange Zeit gut mithalten konnten, nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen sicherlich auch vollkommen verdient den Punkt Bounce gehalten haben. Und natürlich war auch klar, dass dann diese Geschichte nach dem Spiel ein bisschen gefeiert wird. Das fühlt sich schon an wie ein Sieg, gestand auch Peter Knebel ein. Natürlich hat man aber auch gesehen, und das ist ja vollkommen logisch, weil Gladbach hat einfach ein ganz anderes Niveau, dass sie spielerisch ganz, ganz anders sind und deutlich besser sind als wir. Und deswegen ist es auch durchaus möglich, dass auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passiert. Und auch Peter Knebel hat nochmal deutlich gemacht, dass bis zum Ende der Transferfrist am 1. September auch aus finanziellen Gründen noch Spiele abgegeben werden müssen. Die zwei Wochen, die wir jetzt noch vor uns haben, werden sehr, sehr spannend und interessant werden. Auch mit maximalen Druck, das ist klar, weil wir natürlich noch tätig werden wollen. Vor allem, was die Abgaben betrifft, ob wir da noch was zulegen, wird sich zeigen, sagte Knebel über die mögliche Transferplanung. Wo natürlich auch die Frage ist, wie gut schneiden wir bis Ende August ab. Da sind ja jetzt noch zwei Spiele zu gehen mit Wolfsburg und Union, die du denn noch im Transferfenster hast, wo du vielleicht nochmal sehen kannst, da musst du nochmal nachlegen, da vielleicht aber auch nicht. Dort bringt es eben vor allem was, wenn du nochmal Spiele abgibst. Und sicherlich hat Knebel recht. Das wird auf jeden Fall noch spannend und interessant. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.